Heilempfang für den Henkelpott. Real Madrid hat seinen erneuten Sieg in der Champions League am Sonntag mit zahlreichen Fans gefeiert. Nach einem Triumphzug durch Madrid feierte das Team am Abend im Bernabeu-Stadion weiter. Am Samstag hatten die Königlichen den Titel zum dritten Mal in Folge geholt. Madrid besiegte beim Finale in Kiew Liverpool in einem dramatischen Spiel mit 3 zu 1. Neben dem Sieg bewegte die Fans am Sonntag auch die Frage, ob ihr Style Cristiano Ronaldo den Verein bald verlassen wird. Der Stürmer hatte in einem Interview kurz nach dem Match gesagt, es war schön, bei Real Madrid zu sein. Zu seiner Zukunft äußerte sich der 33-Jährige im Bernabeu-Stadion nicht näher. Stattdessen gab es Dank an die Fans. Ich fühle mich immer sehr wohl angesichts der Leidenschaft, die er mir entgegenbringt, sagte Ronaldo. Hoffnung kam bei den Fans auf, als er ihnen ein Wir sehen uns im nächsten Jahr zurief. Sein Interview-Timing hat der portugiesische Fußballstar inzwischen bereut. In etwa einer Woche will Ronaldo sich zu seinen Plänen äußern. Diese Dünner wurde aus dem Zusammenhang mit der Leidenschaft vermони, Berlin, Berlin. In der Tattoo, mit dem Modell Recovery war der Lüge, Berlin. In dieser Phase, das war's für die Leute, die sich das Gästen der Leidenschaft erwähnt inurdaylich. Lüge der Leidenschaft, der Leidenschaft, der Leidenschaft, bei Leidenschaft und Wallen, Berlin. Ich versuche mit ihr aus dem Mund, auf und ziehe die Lüge der Leidenschaft, der Leidenschaft und die Lüge der Leidenschaft und colours percherte erneuer. Untertitelung des ZDF, 2020